Ich starte euch jetzt auch mal bei mir. Wir kommen zur zweiten Runde. Dieses Mal ist es nicht so spät allerdings. Das kann man auch dazu sagen. Letztes Mal, deswegen war das auch so ein kleiner Rupee. Das ist mein viel frischer. Also kann ich starten? Jo, jetzt kannst du... Ab geht's. Das waren ja sechs Module, genau. Das gilt jetzt ein bisschen viel mehr hier. Aber das war ja recht easy. Ja, das war easy. Obwohl bei M wurde es stressig gerade. Ja. Aber es passt. Okay. Aber ja, so ein bisschen kenne ich... Ich weiß ja jetzt auch so ein bisschen schon, wie das einfach da steht. Also ich sehe schon mal Wire und mit diese... Ja, fange ich mit Wire an. Ich habe drei Kabel. Ja. Zwei blaue, ein rotes. Zwei blaue. Okay. Zwei blaue. Das letzte blaue... Das letzte blaue musst du durchschneiden. Nice. Jo. Ähm, dann habe ich dieses Hyroglyphen-Ding. Das easy. Smiley. Das B. Ja. Ausgefüllter Stern. Ja. Und diese drei mit dem Schlengel unten und diesem V oben drauf. Okay. Smiley. Ja. B. Ja. Stern. Ja. War... Nee, erst war Schlengel, dann Stern. Ja, ist egal. Ich habe es auf jeden Fall. Ist aber ein Strike drin. War auch richtig. Perfekt. Ich will sicher wieder sterben. Okay, nächstes. Copyright. Ach, das ist nochmal... Ja. Strich durch mit den zwei Klammern. Ja. Ja, keine Ahnung. Unausgefüllter Stern. Ja. Und abgekackte drei. Copyright. Ja. Klammern. Ja. Die drei. Okay. Dann nochmal Wires in sechs Stück. Ähm, ja. Ich habe drei gelbe, ein weißes und zwei rote. Drei gelbe? Ja. Zwei rote, ein weißes. Sieht so aus, als wäre es das vierte. Das rote. Ja. Nice. Blauer Button steht Press drauf. Ähm, did it? If the button is blue? Äh, 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 nee. Wie viele Batterien? Ich gucke schon. Äh, eine fette, glaube ich. Warte, lass mich nochmal... Doppelcheck? Ja, eine fette. Ist eine nur. Okay. Äh, did it, did it, did it, did it. Button ist nicht gelb, nicht mehr als zwei Batterien. Button ist nicht weiß, mehr als eine Batterie. Sagt aber nicht detonate. Nicht import. Äh, dann drücken. Gedrücken, drückt halten. Gelb, ja. Äh, und beinah fünf irgendwo loslassen. Nice. Nächster Button. Ist gelb und es steht hold drin. Did it, did it, did it. If the button... If the button is yellow. Okay, dann einfach gedrückt halten. Ja. Und sagt, welche Farbe? Rot. Das war eins, glaube ich, oder? Rot ist... Ja, eins. Nice, fertig. Superb. Da waschen wir die, die du da ist jetzt. Hey, wir können ja mal eben hier... Da machen wir eine 20 Sekunden Episode für dich und dann geht es an die wichtigen Bummen. Genau. Double your money. Ja, wir hatten auch noch zwei Minuten. Eine Sekunde, also. Ja, das war... Double the money war gerade ein bisschen stressig bei uns. Aber da war ja auch, weil... Dieses Wort noch zu lesen war. Diese... Diese Wortenleitung. Ja. Auf geht's, auf geht's. The screen is only for your eyes. Äh, for your eyes family. For you. Nee. Gibt's doch nicht mehr. Gibt's doch nicht mehr. Gibt's doch nicht mehr. Gibt's doch nicht mehr. Oh nein. Das... Okay, fangen wir erst mal leicht an. Äh, Note. Äh, wow. Ja, ja, ja. B. Note B. Äh, Kerzenstände. Ähm. C mit dort drin. Note B. Boah, Kerzenstände. Ach da. Äh, Kerzenstände. Ja. B. Ja. C. Ja, alles klar. Äh, wires. Sechs Stück. Zwei gelbe. Drei blaue. Ein weißes. Äh, sechs Stück. Zwei gelbe. Ein blaues. Drei blaue. Ein weißes. M-m-m-m-m. Ein gelbes. Zwei. Äh, keine das letzte. Nice. Simon Says. Es leuchtet das... Rote. Ich muss erst mal gucken... Ich hab noch keinen Strike. Warte, ich guck in meine Serial Number. Genau, ob da ein Vokal drin ist oder nicht. Kein Vokal drin. Kein Vokal. Okay. Dann fangen wir... Ach, die No Strikes. Okay, was fängt an? Rot blinkt. Dann blau? Blau. Ja. Zweimal blau. Mhm. Seh ich schon. Grün blinkt noch. Grün kommt dazu. Dann, äh, drückst du auch grün. Also blau, blau, grün. Blau, blau, grün. Okay, nice. Fertig. Das letzte ist dieses Teil. Es sind vier Zeilen da. Das hatten wir schon mal. Und eine, mir wird die drei angezeigt. Okay, ja, super. Die drei wird angezeigt. Ähm, Knopf in der dritten Position. Das ist die drei. Okay. Jetzt wird mir eine eins angezeigt. Äh, der Button mit der Aufschrift vier. Das ist die erste, ja. Okay. Jetzt wird mir wieder eine drei angezeigt. Äh, den Button in der dritten Position. Ja, nice. Was war das? Eine drei. Mhm. Jetzt wird mir wieder eins angezeigt. Ähm, selbe Position wie in Stage 1. Das war dritte Position. Das war der dritte, genau. Passt. Mhm, und letzte. Letzte ist eine vier. Ähm, Knopf mit derselben Aufschrift wie in der dritten Stage. Und in der dritten Stage hatten wir, äh, die vier. Falsch. Wir haben noch Zeit, keine Sorge. Wir haben eine zwei. Okay, zwei, äh, zweite Position. Das ist eine eins. Warte, ich schreib mir das jetzt mal auf. Leck mich doch im Arsch. Wir haben noch Zeit. Wir haben noch über zwei Minuten. Also. Ich muss nochmal überlegen, was das denn war. Eins. Also du, warte, du sagst zweite Position, ne? Äh, ja, zweite Position. Okay, ist richtig. Das war. Ähm, das zweite ist eine zwei. Äh, die, die. Okay, selbe Position wie in Stage 1. Das ist jetzt eine drei. Boah, ich kann mir das gar nicht richtig genau ausschreiben. Jetzt ist es ja eine drei, ja. Dritte Position. Das ist eine eins. Ja. Ähm, äh, selbe Position wie in Stage 1. Jetzt ist es eine drei. Äh, du, 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 du. Äh, selbe Position wie in Stage 4. Ich hab noch keinen Stage 4. Das ist Stage 4 jetzt. Ne, ich hab jetzt eine drei. Das ist das vierte und ich hab eine drei. Sorry, das war zu schnell. Ach so. Du bist jetzt bei Stage 4, drei. Genau. Okay, selbe Position wie in Stage 2. Das war, glaub ich, das, ich weiß nicht mehr genau. Das war wie in der ersten, äh, Stage. Dann war es das zweite. Ja, passt. Und jetzt sind wir bei fünf. Jetzt haben wir drei, genau. Fünf, fünfte Dingens. Und, äh, ne, drei wird mir angezeigt. Wie in, äh, Stage 4. Also, wieder die eins, ne? Die eins. Position. Also, ach, selbe Aufschrift wie in Stage 4. Was hattest du gerade? Da hatte ich, glaub ich, das zweite. Falsch. Ja. Ist die wohl kaputt? Noch nicht. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit. Ähm, ich hab ne vier. Ja, dre, äh, vierte Position. Okay, letzte. Okay. Jetzt hab ich eine vier. Äh, selbe Position wie in Stage 1. Also, wieder vier. Ja. Ist zu Ende. Scheiße. Ach, das ist schon wieder drin. Ey, fuck you. Okay, ähm. Schaffen wir. Pyroglyphen-Kram. Wieder Dreieck mit einem Zipfel oben und dem Strich durch. Mhm. Dann hab ich C mit dort drin. Ja. In welche Richtung? Äh, nach links. Ach, ist ja, ja, ein C umgekehrt quasi. Okay, ja. Sorry, ja, hätt ich mir sagen sollen. Ähm. Dann hab ich ein, im Grunde ein A, aber mit einem Mini-T noch drin. Hab's. Und ich hab so ein Schreibschrift-H mit unten noch einem Zipfel. Okay, ich hab alles. Äh, A. Ja. Äh, das Dreieck. Ja. Haar. Okay, nice. Äh, sechs Wires. Hm. Zwei schwarze. Ja. Zwei rote. Hm. Einen gelben und einen blauen. Ähm. Wie viele weiße? Gar keinen. Ah, dann viertes. Nice. Ähm, Mace. Ja. Ähm. Drei. Und fünf. Ach so. Äh. 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 Eins, zwei. Erst nach unten, ne? Nach unten drei. Zur Seite fünf. Ja. Nach unten sechs. Zur Seite vier. Da sind meine Stinge. Okay. Mein rotes, mein Ziel ist... Drei... Ein... Nee, Quatsch. Zwei. Und drei. Okay, ja. Mein weißes ist... Ähm... Vier... Und vier. Eins, zwei... Eins, zwei, drei... Vier... Und vier. Und du warst zwei und drei. Okay. Zwei, drei, genau. Links? Jop. Links? Jop. Äh, hoch? Jop. Links? Jop. Hoch? Jop. Und bis dahin nach rechts. Nice. So, jetzt nochmal den Piss mit den Zahlen nehmen. Das war's auch, glaub ich, dann, ja. Jo. Ich... Ach, das ist schon nett. Mir wird zwei angezeigt. Okay. Knopf in der zweiten Position. Ist eine vier. Zwei, zwei. Vier. Äh, Button in the same position as in Stage 1. Also... Ja, nee, 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 sorry. Ist wieder eine zwei. Du Ripper. Ähm. Ist trotzdem, das ist genau derselbe Anweisung. Nice, okay. Also wieder zwei, ja. Äh, jetzt hab ich eine drei. Drei. Den Knopf in der dritten Position. Okay, passt. Was war das? Eine Eins. Okay. Jetzt hab ich eine Zwei. Den Knopf in der ersten Position. Nice. Das ist eine Eins gewesen. Mhm. Jetzt hab ich eine Vier. Äh, den Button mit derselben Aufschrift wie ein Drei. Das wäre eine Eins. Also sollte dir eins... Passt, ja. Zwei Minuten haben wir jetzt noch gehabt. Schön. Ah, ey. Das war echt so ein kleiner Rip. Da war der Wurm drin. Ja, das ist... Da mag ich Simon Says lieber. Das ist einfacher. Ja, das stimmt. Muss man sich nichts groß merken. Einfach nur so ganz offensichtliche Sachen. Ja. Vielleicht wird das irgendwann noch richtig schwierig, aber... Ja, wenn du nachher mal ein scheiß Wecker klingelst, ey. Chop, 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 chop. Okay, los geht's. Chop, chop. Chop, chop, guys. This screen is for your eyes only. You're not allowed to look at the bomb defusion manual. Loading. Ich sehe schon mal einen Buton. Nein. Okay, fangen wir mit dem Buton an. Er ist gelb. Er ist gelb hold. Gelb hold. Blue. Du-du-du. Wie viele Batterien? Äh, eine. Okay, gedrückt halten. Gelb. Wenn eine 5 steht. Okay. Loslassen. Nice. Mace. Ja. Boah, da bin ich gerade weg. Okay. Eins. Ja. Vier. Du-du-du-du-du. Äh, ja. Ähm, vier. Und drei. Ja, okay. Mein rotes ist drei und zwei. Ja. Und mein Dinges ist eins und sechs, also ganz oben rechts in der Ecke. Äh, okay. Äh, runter. Ja. Runter. Ja. Runter. Ja. Links. Ja. Hoch. Ja. Und links bis zur Absperrung. Also bis zu dem Ding. Ja, hab ich schon. Okay, nice. Okay. Dann wieder der Piss mit den Zahlen, was wir gerade hatten. Äh, oh, jetzt, jetzt finde ich es nicht wieder. Ja. Wir haben eine 3. Drei, äh, dritte Position. Ist eine 2 gewesen. Okay. Dann habe ich eine 4. Ähm, selbe Position wie in 1. Also dritte. Ist jetzt eine 1. Jetzt habe ich, äh, eine 4 wieder. Äh, Knopf mit der Aufschrift 4. Ist die Nummer 2. Äh, jetzt habe ich eine 3. Äh, selbe Position wie in Stage 2. Das war das vorletzte, oder? Äh, ich, äh, dritte Position. Ja, ich glaube, dritte Position, ja. Jo, passt. Okay. Das ist jetzt eine 3 gewesen. Jetzt habe ich wieder eine 4. Äh, wie in der Stage 3 sollen wir jetzt drücken. Aber, ne, selbe Aufschrift, selbe Aufschrift. Was hatten wir denn da nochmal? Also wir hatten erstmal... Drei... Drei, zwei, drei. Selbe Aufschrift, oh Gott. Stage 3. Wir hatten erstmal... Suprem? Ich weiß nicht, ich weiß es nicht mehr genau. Ich, äh, ich gehe gerade nochmal die Schritte durch. Jo. Suprem in Stage 1, nein. Ich meine, ich meine die 3. Falsch. Okay. Jetzt haben wir eine 3. Ja, 3. Position 3. Jo. Ähm, eine 3. Hm. Ähm, erste Position. Ja. Ja. Drei. Ja, keine Zeit mehr. Uff. Ne, ich kriege das immer auf den Kopf wieder. Ich will das nicht mehr. Ach, ne, ich hab das andere. Okay, nice. Äh, erstmal Knopf. Rot, abort steht drauf. Äh, boah, wo finde ich den Knopf wieder? Ich hab... T-t-t-t-t. Fünf Batterien. T-t-t-t-t-t-t. Der Button ist... Ich hab mehr als fünf. Ich hab weit mehr als fünf Batterien. Es steht, äh, da FRK dran. F-R-K. Äh, nein. Aber, ähm... Ich glaub dann, äh, gedrückt halten. Blau? Bei vier. Nice. Simon Says, es blinkt grün. Achso, ist die RealName? Warte. Wo ist die? Ich hab... ...ein Vokal. Okay. Ein Vokal, keine Strikes. Es blinkt grün. Gelb. Doppelgrün, zweimal gelb. Ja. Grün, grün, gelb. Äh, doppelgelb und einmal grün. Nice. Jetzt hab ich das mit diesen vielen Namen, äh, Textgedöns. Okay. Ich habe U-R. Jetzt musst du ausfindig machen, halt, wo du's ablesen musst. Okay, ja. Oben links? Oben links steht bei mir Sure. Äh, d-d-d-d-d-d-d-d. Äh, wo steht das? Sure. Okay. You are ausgeschrieben. Also U-R. Achso, nee, hab ich nicht, hab ich nicht. Sorry, hab ich nicht. Dann? Dann? Nein. Like? Ja, hab ich. Nice. Okay. Next ist No. No. Unten rechts? Hab ich Next stehen. Next, was? Dass sie nicht, äh, What? Fragezeichen. Nein. U-Hu? Also U-H, U-H. Nee, U-H, H-U-H. Nee, hab ich nicht. U-H, U-H. Das hab ich, nice. Ja. Okay, äh, dann hab ich. Nothing. D-d-d-d-d. Wo ist das denn? Äh, Mitte links? Äh, Mitte links ist right. Right, ja. Yes? Nein. Nothing? Nein. Ready? Äh, nein. Press? Ja, nice, fertig. Oh, yes, baby. Sehr schön. Dann will jetzt bei dir auch die Basics durch. Ja, nice. Okay. Boah, jetzt geh ich, glaub ich, auch rechts im Bett. Jetzt haben wir, jetzt haben wir alles abgearbeitet, ey. Bomb Defusing 101. Sehr nice, cool. Aber ey, das mit diesem scheiß Memory, das nervt mich. Dass das nicht klappt. Ja, das ist ein bisschen nervig. Vor allem ist es immer so ziemlich die letzte Stelle dann. Das macht's noch ehrlicher. Stimmt. Cool. Ich glaub, das müssen wir noch ein bisschen üben. Der Rest, der funktioniert ja schon ganz gut. Ja, doch. Ja, das hat das... Da muss man sich halt die Position und die Aufschrift merken, was ein bisschen nervt. Ja. Aber cool. Ja, kriegen wir hin bestimmt. Wir werden überhaupt Defuser Nummer 1. Und dann läuft das in Sesko viel besser alles, weil wir dann dom innerhalb von einer Sekunde defusen. Zack. Gerne. Nice. Gerne, gerne. So wird das laufen. Ja.